Hi, ich habe vor knapp drei Wochen ein Goodiebag von Vorablesen ausgepackt und dabei waren ein Buch und ein Hörbuch drin, was ich gerne an euch verlosen wollte. Und zwar ist es das Buch Ein Teil von ihr von Karin Slaughter. Dieses Buch habe ich bereits gelesen, deswegen darf das einer von euch gewinnen. Und dann ein Hörbuch, Die Frauen vom Löwenhof, das war da zweimal drin und so dachte ich mir, passt das eigentlich ganz gut und ich möchte diese beiden Dinge an euch verlosen. Es haben ein paar Leute mitgemacht, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich habe das auch auf Instagram nochmal gepostet, da waren es auch ein paar Leute, die da kommentiert haben und gern mitmachen wollten. Und in diesem Video möchte ich jetzt gerne auslosen, wer das Buch und wer das Hörbuch gewinnt. Und ich habe mir dazu so zwei Schälchen gemacht. Das hier ist für das Buch und das ist für das Hörbuch. Ich werde das also einzeln auslosen. Ja, dann kriegen einfach zwei Leute einen Gewinn. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich habe mir am Anfang überlegt, vielleicht mache ich es auch zusammen. Aber ja, wie das halt so ist, manche interessieren sich nur für das Hörbuch, manche für das Buch. Manche Namen sind auch zweimal hier drin, also theoretisch könnte es auch passieren, dass eine Person beides bekommt. Und wir werden es jetzt einfach mal sehen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Hörbuch an. Da sind es nicht ganz so viele, aber es sind trotzdem einige zusammengekommen. Ich versuche das jetzt so, dass ich es nicht sehe. Das ist gar nicht so einfach. So, und dann nehmen wir hier einen Zettel. Ich habe das auch ausgedruckt, also ich hoffe, man kann es jetzt lesen. Und zwar steht hier Lambarda. Du hast das Hörbuch gewonnen. Melde dich unbedingt bei mir, wenn nicht. Ich werde dir vielleicht auch einfach unter den Kommentaren nochmal etwas schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, du freust dich auch, dass du dieses Hörbuch gewonnen hast. Und als zweites geht es jetzt um dieses Buch. Da waren es ein paar mehr Leute, die mitgemacht haben, was ich auch sehr gut verstehen kann. Also mir hat das Buch sehr gut gefallen und ich bin ja auch mehr der Buchmensch, aber ja, schauen wir mal. So viel ich weiß, hat Lambarda nicht hier teilgenommen, also es müsste jetzt ein anderer Gewinner sein. Ich hoffe mal, wir kriegen das hin. Und zwar ist es Being Sandra. Ich freue mich sehr, Sandra, für dich, dass du dieses Buch gewonnen hast. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, beziehungsweise melde dich bei mir. In der Infobox sind auch oder ist meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr euch beide melden und dann schicke ich euch das zu. Ich freue mich sehr, dass ihr das gewonnen habt und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ja, das war es auch schon für dieses Video. Ich wollte das nur kurz offiziell verlosen. Ich freue mich und ich hoffe, ja, es kommt bald wieder mal ein Gewinnspiel und ihr macht dann wieder so zahlreich mit. Ja, und das war es eigentlich schon, was ich in diesem Video sagen wollte. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!